So, noch mal, dann sind wir auch schon wieder bei Let's Play Monkey Island. Äh, so, Timer läuft, äh, wir brauchen ein Schiff. Also immer noch. Mal gucken, was er jetzt sagt. Wir waren ja gerade eben schon da. Ja. Richtig. Okay, machen wir. Es ist nur zu teuer. Es ist zu teuer. Ah. Ja, hab ich. Na, bitte ist schon weniger. Es ist immer noch zu viel. Ein Angebot. Drei Tausend. Noch mal dreitausend. Nochmal dreitausend. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Noch mal dreitausend. Noch mal dreitausend. Noch mal dreitausend. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. mit Holz aus Burgundy-Wein-Kasken gemacht? Ich glaube, ich kann ohne diesen speziellen Schrank leben. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen dekadent, nicht wahr? Aber warte, es gibt noch mehr. Hatte ich dir über diesen simulierten Holzsicht? Ich glaube, ich kann ohne diesen speziellen Schrank leben. Okay, aber ich sage dir, Barnacles lieben simulierten Holz. Aber warte, es gibt noch mehr. Ich sagte dir, über die Schrank des Schrankes? Ich denke, ich kann ohne diesen speziellen Schrank. Okay, aber nicht mich für mich, wenn du in ein Eisberg oder so. Aber warte, es gibt noch mehr. Ich sagte dir, über die Schrank des Schrankes? Ich denke, ich kann ohne diesen speziellen Schrank. Ich denke, ich kann ohne diesen speziellen Schrank leben. Aber warte, es gibt noch mehr. Ich denke, ich kann ohne diesen Schrank leben. Ich denke, ich kann ohne diesen speziellen Schrank leben. Ich denke, ich kann ohne diesen speziellen Schrank leben. Hey, Travelight! Ich kann das verstehen. Natürlich, Mutiny ist eine wunderschöne Worte. Aber warte, es gibt noch mehr. Ich sagte dir, über den Echomedien? Ich denke, ich kann ohne diesen speziellen Schrank leben. Wow. Warte, weiß deine Frau, dass du so ein Schrank hast? Aber warte, es gibt noch mehr. Ich erzählte dir über den Schrank, die mit Holz aus Burgundy-Wein-Kasken gemacht hat? Okay. 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 And I thought I was gonna give my children Christmas presents this year. Just take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh yeah. Do you have that note from the storekeeper on you? Mertelich. Thanks. I've got to run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts, but I'll talk him into it. You meet me at the dock with your crew. I'll bring the ship and the papers. I just want to say that I really feel like we got to know each other today. I mean, I really felt some bonding here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Really? Sucker. See you at the dock and don't forget your crew. All three of them. Ja, wir haben ein Schiff. Geil. Okay. Du 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 du. Los geht's. Geh zur Fahrt. Du 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 du. Dessert! Ist das richtig? Natürlich bin ich! Ich meine, einfach schau mal an sie! Sleek, aerodynamisch, abhängig, vernachlässige Schönheit! Ich glaube, wir haben hier einen realen Moment. Ich habe meine Meinung verändert. Ich kann sie nicht geben! Du kannst dein Geld zurückhaben! Nein! Oh dear! Dann wieder, ein Deal ist ein Deal, right? Good luck! I'm out of here. Woops! Ich habe fast vergessen, diese freie seafaring-literatur. Mein Gift zu dir. Just remember, wo du es hast. Stanz! Vielleicht sollte ich das Warranty, nachher. Hey! Long time no see! Your aunt Tilly makes lousy carrot cake. Oh come on! Don't be better! I'm here to help! Not just for the money! Uh, money? Yeah, we are getting paid for this, right? Natürlich! How appropriate! How appropriate! You fight like a cow! You never did know! You never did know when to use that one! So what's that waterlogged wreck doing out there? How are we gonna get our ship in here with that pile of scrap in the way? Where's the cabin boy? I need him to go back to my place and pick up my bags! What's going on here? Where's our ship? Where's our crew? This isn't gonna be as easy as I thought. Teil 2! Die Reise! Die Reise! Through the courageous leadership of Captain Threepwood, the Sea Monkey is finally underway. Undaunted by their lack of navigational equipment or expertise, the crew begins to plan their voyage. First of all, I'd like to say it's great to be working with such a fine crew. The voyage ahead is not going to be easy. It's going to take skill, endurance, and most of all, teamwork. First, I thought we'd assign some duties. What is it we were suckered into doing again? I made a list. Suckered is right. I don't see what the big deal is with rescuing the governor. She can clearly take care of herself. The way I look at it. We got this great ship. Where? We got a ship. Why don't we kick back, tie a rope to the wheel, and cruise for a while? I could use a little work on my tan. Come to think of it, I have been a little stressed out lately. I could use a rest. Then it's decided. We cruise the Caribbean. I'm doomed. Huhn? Yeah. My crew. Schreibfeder. It looks like a ballpoint feather pen! Nimm die Schreibfeder. Es ist ein altes, schraubiges Buch. Lass uns sehen, was es ist. Es sagt... Ja! 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 Das ist die letzte Entfernung. Es sieht aus wie ein leckeres Kopf. Hm... Hm... Ähm... Da! Mach den Jog auf! Ähm... Ähm... Ich höre, das Wetter ist ziemlich schön hier bei Monkey Island. Hm... Aber da... Was? No Banana? Was? No Banana? Ich gebe euch Mutinerinnen fünf Sekunden, um zu deinen Sensen zu kommen. Dann werde ich anfangen, die Kacke. Entschuldigung, Guybrush. Die Worte Kielhole bedeutet dir nichts? Ich verstehe deinen Punkt. Danke. Ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe mich nicht. Ich verstehe mich nicht. Was ist ein guter Typ, Brosh? Wir werden die Sonne schrauben. Ähm... Kanone. Ich verstehe mich nicht. Ich verstehe mich nicht. Ich verstehe mich nicht. Ich verstehe mich nicht. Ähm... Ich verstehe mich nicht. Wie eine schönschauer Flagge. Es scheint nicht zu öffnen. Vielleicht sieht man nichts spezielles über es. Hä, hier gab es ja immer noch eine Tür oder sowas. Ah, Luke, da. Genau. Erstmal nach vorne. Erstmal nach vorne. Oh, da ist nichts da. Luke. Die kann man kaum sehen. Kann man die auf dem hier sehen? Da kann man sie besser sehen. Ja, geh runter. Geh zu Luke. Ja, viel besser. Hier ist... nichts. Tür. Öffne Regal. Nimm Frühstücke. Ich weiß schon, was damit passiert. Ich weiß nicht, wie du ein Schiff ist. Es heißt, wie du ein Böckstabschicht auf dem Kuchenkopf. Es heißt, wie du einen Böckstabschicht auf den Kuchenkopf hast. Es heißt, wie du nach vorne und rutschst. Klarer Kopf beim Navigieren. Wenn du für eine gute Leistung steckst, schlägst du alle Winden an den Ständen. Warnung, es hat ein starkes Magnet, das mit anderen Navigationsquellen interferieren kann. Es ist so, wie du dich in der Seabattlzeit befestigst. Es ist der Topf einer Serialbox, benutzt als Buchmark. Okay. Ähm... Benutze Frühstücksflocken mit Kochtopf. Ich habe keine Recipe. Ich würde nicht wissen, wo zu Beginn zu machen. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Und da runter. Öffnet wohl. Sie sind alle rastet shut. Sie sind nur alte, rastetische Trunk. Sie sehen wie Kegs von Schrauben. Schrauben. Wow! Schrauben. Ich denke, ich werde etwas nehmen. Es ist ein großartiges Knochen. Nimm. Das ist eine Truhe. Untersuche. Was haben wir noch? Es sind nur alte, rastetische Kegs. Es ist nur ein altes, rastetische Knochen. Es ist rastetisch. Ach. Okay. Äh... Puh. Ich denke, ich werde zurück zum Schrauben schrauben. Hm. Wir haben das Schießpulver, wir haben das Seil. Ah genau, das Seil kann man glaube ich... Benutze Seil mit Kanone. Ja, geil. Benutze... Ich werde es nur aufsetzen, wenn ich wirklich muss. Äh... Benutze... ... den Kanonenrohr. Benutze Johnny Roger in Kanonenrohr. Das wird nicht funktionieren. Okay. Puh. Boah. Ich kann nicht sagen, es ist etwas Besonderes. Wolltest du reinklettern? Tinte, okay. Äh... Nimm... Tinte. So. Gehen wir nochmal zur Luke. Ich glaube, man kann das Seil abfackeln. Loserndes Feuer, genau. Nice and hot. Okay, ähm... Benutze... Stück Seil mit Loserndes Feuer. Miss. Ähm... Benutze... Wein mit Kochtopf. Okay, ich brauche ein Rezept. Und wo kriege ich das her? Ach, man... Ähm... Ähm... Äh... ich denn jetzt ein rezept her naja ganz gut schrank ich muss ich schlappen nicht darauf machen aber trifft sich ganz gut der partner zu ende also bis zum nächsten mal macht sie und nachbarn